Du, guck mal, wenn man das Herz so sieht, dann denkt man, in der Stadt wäre alles in Ordnung. Und dann bewegen wir uns ein bisschen weiter nach Süden. Noch ein bisschen weiter nach Süden. Noch ein bisschen weiter nach Süden. Und sehen, es ist tatsächlich bald wieder alles in Ordnung. Jo, fast. Ja, der Stau, der ist jetzt halt noch existent, aber die Probleme lassen nach, aus dem Grund, dass wir da so ein bisschen, ne, und so. Ja, und wir haben wunderschön sehr viele Anfragen nach Wohnung. Genau, achso, Anfragen. Ups, Anfragenbearbeitung. Das ist ein problematisches, machen wir später irgendwann mal. Wir müssen jetzt hier ein weiterer Ausbau. Das wollen wir am besten gleich in Pause-Mode. So, gleich mal wieder gemütlich in City Skylines Stimmung kommen. Ja. Apropos City Skylines Stimmung. Da war doch immer auch... Musik. Wer hat sich denn ausgestellt? Ja, ich, wo ich das nachgespielt habe. Achso. Und schon viel besser. So. Äh, Pause-Mode. Ja, hier auf der Seite wollten wir ja noch. Und zwar in, äh, auch so eine süße... Irgendwas random. Oder irgendwas Schickes. Jo, wir können auch irgendwas Schickes nehmen. Wollen wir ein Y machen oder so? Können wir auch. Um den Klinken-Adapter, den wir hier immer verwenden, etwas, äh... Ja, aber dann haben wir da voll nicht gut ausgenutzt, weil da sind ja noch so viele Bereiche. Jetzt kriegen wir alles hin. Ähm, das Y wird, ähm... Oder keine Ahnung, YTT oder sowas. Man macht daraus, was er wollt. So, wir machen hier nur so eine kleine Strache. Wir machen hier nur so mal so Ein-Liga-An-Liga-Dings da und so. Einsiedler, was auch immer wir alles haben. Voll das hippe Y. Ja, jetzt sehen wir mal da noch ein bisschen und da ist ein bisschen laut später. Nicht so arg, nicht so arg, weil später machen wir ja noch mal irgendwo eine Kreuzung. Ähm, die brauchen eigentlich noch mehr Gewerbe. Dann machen ein bisschen Gewerbe und machen ein bisschen davon. Aber die wollen auf jeden Fall ganz viel wohnen. Ja, noch mehr wollen die eigentlich gewerben. Aber gut, Wohner sind wichtig, weil wir haben nämlich geschaut, bald haben wir im Prinzip fast unser Ziel erreicht mit dem Freischalten. Von daher, ähm, hier müssen wir Büros. Wobei, da die halt noch Gewerbe haben wollen, können wir eigentlich noch ein kleines Gewerbe machen. So ein bisschen angrenzen, so ein bisschen Shopping. Sind die eigentlich noch lieb? Wer ist lieb? Ist das Liebesgewerbe? Äh, die sind immer lieb. Unsere Stadt ist nur, besteht nur aus lieben Menschen. Nicht ganz. Was? Es gibt böse Menschen in unserer Stadt. Ja, es gibt Gallien. Hä? Hast du was gegen Gallien gesagt? Aber die haben böses Gewerbe. Nee, einfach normales Gewerbe. Böses Gewerbe haben die hinten am Bahnhof, du. Das ist wirklich böses Gewerbe. Stimmt, deswegen sind die in so einem Verbotsschild. Ja. So, dann machen wir hier ein bisschen. Ach komm, da ist ein bisschen, ja, da ist halt ein bisschen laut. Ah nee, da außen können wir schon nochmal Büro hinbauen. Oder ganz viele Bäume. Ja, gar nix. Ja, aber ein bisschen. Wird so ein bisschen weniger. Also die bekommen wieder einen eigenen Park. Ich hab das, ich hab ne Idee, die kriegen, jeder kriegt so seinen eigenen Park, würde ich sagen, hier drin. So zentral ein bisschen. Und ich habe gehört, wenn ich Rotanarchie anhab, dann wird der anscheinend rot der Vogel. Ja, Tatsache. Okay, es funktioniert wirklich. Somit wäre jetzt nun einträglich rausgefunden, wann der Vogel rot wird, wenn Rotanarchie an ist. Aber das ist jetzt voll auf der Straße, der Park. Das ist gar kein Problem. No prop. Das ist halt, hier ist ein bisschen enger. Das ist ganz normal. Aha. So, jetzt haben wir die so ein bisschen zentralen. Alter, wie die da bauen. Ja, wie die da bauen. Gut, da wollten wir nicht so viel machen, die sind ja relativ laut. An der Hauptstraße wollten wir sowieso nichts machen wegen dem Durchfahrtsverkehr. Dann waren das jetzt unsere bunten Hügel. Ja. Einen bunten Hügel gibt es nicht. Okay. Ähm, das heißt, hier haben die ihre Nachfrage gestellt. Hier hinten ist hier ein bisschen mehr. Warum haben wir da noch nichts hingebaut? Profis. Da wollten wir noch ein bisschen Gewerbe hinbauen. So. Äh. Dann können die hier so laut. Da geht ja keiner einkaufen. Aber wir gehen noch so ein bisschen so. Ähm. Das war es jetzt aber eigentlich von dem Gebiet aus, weil das geht nicht weiter nach oben, würde ich sagen. Aha. Hm. An dieser Stelle ein Aha-Lied zitieren. Oder lassen wir besser bleiben, würde ich sagen. Vielleicht, gell? Ja. Ja. Ich glaube. Weil ich fang generell, also weiß ich nicht. Was ich immer witzig finde, wenn die was schreibt, dann ist, also wenn ich was singe, dann schreibt fast jeder, äh, äh, was, schreibt fast immer jemand irgendwie dann, äh, führt das Lied in den Kommentaren weiter. Ja, ist voll schön. Ähm. So, noch mehr Gewerbe eigentlich. Hier ist doch schon viel, ne? Da kann man nicht mehr gewerben. Wobei, da kann man schon auch irgendwie gewerben. Du kannst ja deine Kreuzung rausmachen. Aber hier wird der echt dann ja, hm. Achso, meinst du hier so rum in dem Park so ein bisschen? Neben dem Park. So. Damit das schön auch ausgeschlachtet wird alles. Das ist ganz wichtig. So, dann kann man hier drunter durch. So. Und wo kommen die noch Lauf... Ach, Laufwege muss ich... Oh, ich muss nachher noch Laufwege bauen. Aber erstmal natürlich um die Nachfrage kümmern. Ach komm, hier kann man... Haut hier mal richtig rein. So ein Shopping Outlet Center direkt am... Ach nee, das ist aber hier mein Baum-Dings. Das ist mein Grünkürtel. Der darf jetzt nicht so beschädigt werden. Dann macht die Monorail auch so ein bisschen Sinn. Irgendwie. Achso, was weniger Sinn macht. Ist natürlich diese Ampel an dieser Stelle. Ich hab das irgendwie so generell mal ausgestellt. Weil hier hat sich bestimmt auch wieder eine gebildet. Oh. Da stinkt der Grundstückswert. Hier sind tote Menschen. Wir hatten hier doch aber sowohl einen Friedhof als auch einen Kremmer. Kann mir einer sagen, warum ich das nicht mehr selektieren kann? Ich sehe die Skyline, das ist kaputt gemacht. Kann sein. Way. Okay. Ja, ich hab's mal zwischendurch kaputt gemacht. Warum ist denn hier so viel? Das ist doch ein Normalbetrieb. Eins von zehn. Zwei von zehn. Eins von zehn. Schick doch einfach mehr raus. Guck mal, die machen doch nix hier. Die sollen mehr arbeiten. Da sind überall tote Menschen und die arbeiten nicht. Kann mir mal einer erklären, warum die nicht arbeiten? Keine Ahnung. Wollt ihr den direkt in der Nachbarschaft haben? Komm. So. Ich mein, es kann ja sein, dass es durch die direkte Nachbarschaft irgendwie so ein bisschen konkurrierend ist. Ihr habt... Was bist du? Die Steuern sind zu hoch. Warum? Es ist euch heute auch zu hoch? Nur dem einen sind die Steuern zu hoch, gell? Ja. Und da unten verlassen sie die Gebäude, Josh. Ach ja, sollen sie doch machen. Das sind aber unsere bunten Felder zum Ausfüllen. Gut, der ist tatsächlich ein bisschen nah. Ja, die kriegen wir auch noch hin. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ja, dann geh du doch mal weg. So. Ähm, bunte Felder. Wo ist dein Problem? Ja, Arbeiter. Haben wir vorher schon gesehen, kurz. Denen aber alle verlassen. Ja, Arbeiter halt fehlen. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt neue Leute gebaut haben, kommen hier wieder Leute hin. So. Und because of the Dings da, the Arbeiters, ähm, wir haben jetzt noch neue Leute hier einziehen lassen, ne? Und durch die kommen wieder Arbeiter hier ran, dann legt sich das Problem irgendwann mal. Vielleicht. Ich meine, die haben ja hier durch ihren ÖPNV-Anschluss, haben die Leute. Guck mal, die Busse transportieren da fröhlich Leute durch die Gegend. Und das heißt, die kommen dann, egal wo die wohnen. Wir haben jetzt wieder neue Leute gebaut. Guck mal, das fließt das auch wieder. Ähm, der wird auch nicht mehr so genau. Der wird nur von denen da genutzt zum Exportieren. Das ist okay. Ich glaube, wir bräuchten aber noch generell so ein bisschen mehr für den Export. Weil, sonst das hier wahrscheinlich überlaufen wird. Das ist auch nicht überlaufen, okay. Also generell ist irgendwie so, dass mit dem... Hm. Gut, also jetzt wird wieder mehr über die Straße abtransportiert, was ich irgendwie gut finde, weil das funktioniert halt irgendwie, ne? Sagte er. Ja, die fahren alle auf der linken Spur, die sind halt ein bisschen dumm. Warum fahrt die hier auf der linken Spur? Kann man das bei irgendeiner logisch-rational erklären? Ja, die fahren da... Oh. Die wär's, wenn wir... Oh, ne? Ihr hier... Die... Also irgendwas bugt hier heute ein bisschen. Und das bin nicht ich, haha. Ähm. Ja, ne? Und da resten kann man machen, was er will. Ja. Ja, so staudet sich das ein bisschen nur, ne? Äh, so verteilen die sich ein bisschen und dann passt das schon. Genau. Ja, easy. Verkehrsfluss. Ja, hier, das... Wenn die sich nachher alle auf die Spur noch noch begeben, dann passt das. Oder wechseln die hier alle wieder nach links? Nö. Guck mal, die merken, dass hier besser ist. Oh, guck mal. Es ist hier irgendwie weg. Ah, die halten die Kreuzung frei. Welche? Nö, die warten halt. Die sind ein bisschen dumm. Das ist halt so. So, das mit den Arbeiten ist ja echt ein Problem. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt. Haben wir so wenig Arbeitslose? Wahrscheinlich schon. Statt Statistiken. Bevölkerungsveränderung. Es sterben Menschen. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Es sterben Menschen. Dadurch verlieren die Arbeiter. Ähm, das müssen wir natürlich gucken. Beschäftigung. Wo haben wir denn sowas in die Richtung? Verfügbare Arbeitsplätze. Oh, es sind sehr viele Arbeitsplätze verfügbar. Und wie sieht's denn aus mit, ähm, Häftling, Industrie, Gewerbliche, Zufriedenheit, Steuerannahmen? Verfügbare Arbeitsplätze, Beschäftigte in Prozent. Wir haben halt ungefähr eine Vollbeschäftigung. Genau. Das heißt, äh, wir müssen uns halt schauen, dass wir mehr Leute rankriegen. Das heißt, wir müssen jetzt jedes kleine Futzel an, ähm. Ja, da siehst du, es wird ganz viel grün. Genau. Jedes kleine Futzel, wie gerade eben auch wieder, müssen wir einfach mitnehmen. So. Am besten hier oben nicht mehr so viel Büros bauen, weil die arbeiten. Eine neue Kreuzung machen. Nämlich sehr gerne in Büros, weil das denen einfacher ist, weil das faule Säcke sind. Ja. Da können wir ein bisschen, weil das sieht cool aus. Ich mach das kleine da weg. Am besten immer nur ein Zweck machen. Da können wir einen Kreis machen. Kreis? Ja. Oder ein W oder so. Hier eher was, oder? Ein W. Kannst auch ganz langweilig eine Linie machen. So ein W. Und dann kannst du das W ja unten danach wieder anbinden. Da unten? Ja. Nee, das wär böse. Das wär nicht, äh, sinnvoll mit Verkehrsfluss. So, dann können wir... Schnell, Wohnung geht wieder runter. Ja, jetzt hektisch mich mal nicht so. Hektisch mich nicht so. So, erstmal hier jetzt zentral auf jeden Fall Wohnung. Ja. Dann später bauen wir weiter aus, damit er schon mal das da mitnimmt. Ähm. Na, die warten wieder an den Ampeln. Knarf. Das ist eigentlich gut für unsere Straßenbahn. Aua, Streetban. Streetban. Achso, wir sind Pause im Maut. Ups. Hm. Hör, warum wartet die Straßenbahn da wohl? Hm. Ich weiß es gar nicht. Ich komm nicht drauf. So, dann müssen wir da hier noch so ein bisschen weiter. Und da bis fast... Fast dran. Fast. So, und dann hier noch mal so ein bisschen. Immer so kleine... Bubi-Sträschen durch. Und dann da. Da. Und da. Und da. Das müssen wir ausgenutzt haben. Komprimierung mit Zip. Oder sowas. So, jetzt kommen wir hier weiter. Mach mal weiter. Was hab ich da eigentlich hingezogen? Ähm. Ja, so generell. Können wir da wie so einen Park hinpflanzen, damit die sich freuen. So ein kleines Kinderkarussellchen. Guck mal, das stört das auch nicht so. Ja. Ja, das ist schon süß hier. Und ja, da wohnen es halt ganz viele People. Gegen Ende können wir da ein bisschen dünner werden. Von Besiedelung her. Ja. Und ansonsten baut hier immer mal ganz viele Menschen hin, damit die nicht wieder so unzufrieden sind. Immer diese Arbeitgeber, wirklich. Die sind immer so... Äh, und ich brauch Arbeiter zum Arbeiten. Äh, ich kann das nicht alleine. Äh. Äh, Problem ist halt wirklich, dass wir hier immer wieder halt Stellen hinbauen, als, äh, Barriere. Das heißt, die werden halt hier arbeiten wollen. Das ist immer das Problem mit unserem Konzept. Aber wahrscheinlich werden hier mehr Leute wohnen, als dort... Wir können ja noch Fußwege kurz bauen. Genau. Solange jetzt die Auslastung quasi befriedigt wird... Ja, das ist hartes Leben hier unten. Ist ja auch so hartes Leben. Ja. Ach, Kunden... Ja, ganz ehrlich, wer sich direkt neben dem Hafen über Kunden beschwert hat, einfach einen Scheißladen. Dann mach doch mal kurz die... Damit unser Gebäude... Boten... Grundstücks... Wert. Ups. Wo Grundstückswert? Ja, am Hafen und so, damit der nicht sinkt. Das muss man mal die alten Gebäude wegmachen, die jetzt hier verlassen sind. Ja, gut, das ist natürlich eine Option. Ein paar beschweren sich immer noch. Hören wir mal hier so ein bisschen. Ich weiß, man kann dieses Autobulldoze machen, aber ganz ehrlich, ich finde das eigentlich nicht schlecht. So hat man immer so eine kleine Kontrolle drüber, wie schlecht es denn wirklich läuft. Weil du den ganzen Mist hast noch... Oh, das war jetzt ein laufendes Gebäude. Ähm, Naturwege, ich will mehr davon. Ja, ganz viel Natur. Und wir müssen unseren Schnabi-Park da noch bald erweitern, wenn der geht. Also, wenn der läuft. So, jetzt können wir noch nach Bruntefelder zum Ausfüllen gucken. Ja, ne, die werden einfach noch ein bisschen... Achso, du möchtest dich auch gleich wegreißen. Nicht alles. Oh, der ist aber ganz schön jetzt hier geldmäßig... Aber die bauen sich ja von selber da wieder auf, wenn die Leute haben, oder? Ja, oder eine andere Firma halt, aber... Ja, siehste. Dann wird das schon. Ja, genau. Guck mal, da baut zum Beispiel gerade wieder jemand. Problem... Oh, da war es wieder. Ich habe einen mit Arbeitnehmerproblem weggerissen. Problem ist jetzt halt, dass das hier echt einen Teil unserer Wirtschaft ausgemacht hat. Dat hier, ne? Das ist halt... Wenn die verlassen sind, produzieren die doch auch nichts. Ja, eben. Ja, Problem ist generell, dass sie jetzt wegsterben. Das ist ein bisschen... Können wir hier denn schon weiter auf... Guck mal, jetzt haben wir hier weitere Dinge. Oh. Dass wir gleich mal... Dass wir den hier mal gleich hochleveln. Ja, ja. Das ist jetzt ein... Was ist das für ein Park? Das ist immer noch ein... Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet. Was bist du für ein Park? So, jetzt fängt es an mit Zeltplatz, haben wir schon gehabt. Unterstand 1 hatten wir noch nicht, gell? Süß. Zeltplatz hatten wir. Zeltplatz hatten wir. Das waren diese Dinger. Ja. Wollen die da nochmal zelten? Ja. Ja, einfach damit wir ein bisschen Auslastung haben. Unterstand 1. Was macht man damit? Ein kleiner Holzunterstand mit einem Lagerfeuer. Wo kommt sowas hin? Den können wir auf unserer Aussichtsplattform hinmachen. Über mal ein paar. Machen wir so eins mal hier da dran. Ja, nein, da ist doch schon ein Zelt. Ja, aber wir brauchen einfach ganz viel Unterhaltung. Die müssen einfach überall so fancy Sachen. Guck mal, jetzt kommt Unterstand 2. Wo möchtest du den hin haben? Ähm, Unterstand 2 hätte ich gerne da hin. Hier. An die Kurve. Ja, da ist ja sonst nichts. So. Was haben wir noch? Aussichtsturm 1. Hier. Mal in die andere Richtung gucken. Und. Da ist schon so viel zum Rausgucken. Da nochmal gucken. Und einmal habe ich nochmal nach innen gucken. Wir haben ja voll viel fancy Zeug hier. Wo kann man denn noch gucken? Campingplatz kann man hier am Berg haben. Ja, erstmal noch einmal. Ich habe noch ein anderes zum Gucken. Noch einmal gucken. Hier. Und ein Campingplatz irgendwo, wo hast du gemeint? Ja, der so Richtung Berghang. Ach so. Ja doch, so Richtung Berghang da oben. Hier? Ja. Okay. Mit rein oder? Nee, direkt da dran. Ja doch, so passt perfekt. Oh, da ist aber Steine, dass ich die nicht. Genau, dass wir das nicht zerstören. So, jetzt geht die Unterhaltung hoffentlich mit hoch. Oh, wir können ja noch die Berge ein bisschen formatieren und so. Und noch ein bisschen Wald reinmachen. Wir können ja den mal nicht kostenlos machen. Ach nee, wir brauchen immer noch Besucher. So, sobald der dann... Ja, aber wir können ja noch ein bisschen dran rumwerken. Guck mal, noch so ein paar Steinsformationen und noch ein bisschen mehr Wald. Ich werde aber erst mal kurz, genau, erst mal die Wege machen, damit die Leute uns nicht verrückt werden. Und dann können wir das machen. Das wird jetzt einmal so hier so ein bisschen... Weil sonst haben die uns mehr gerne wieder mit ihrem Arbeiterproblem. Natürlich gerechtfertigt, aber... Ähm, so. Wo sind denn jetzt die einzelnen Stationen eigentlich? Da ist direkt eine Haltestelle. Oh, das ist auch sinnvoll. Kommt ja direkt da hin. Ähm, dann würde ich hier jetzt aber nochmal so ein... Guck mal, da Insel... Inselhinterkarten. Per A, wo ist Born. Lift, äh, Apfelschorle wahrscheinlich. So, da muss hier auf jeden Fall auch ein Weg hin. So. Ich mache da nicht so viele Hochwege. Ich weiß nicht warum, aber... Ich habe das jetzt immer ganz gerne gemacht. Acht und... Ist das jetzt normal hier, oder...? Watt. Ah, ja. Okay, cool. Eigentlich müsste man mal so eine Analyse machen. Von woher die kommen und woher die hin wollen. Aber das ist jetzt egal. Das machst du immer. Ja. Nee, weil ich gemerkt habe, dass hier das Leute stehen geblieben sind. Oh. Cool. Es ist ja ein Gewusel hier. Ja, gut, soll es halt rumwuseln. Ähm. Wie kommen denn die überhaupt zu irgendeiner Bahn? Gar nicht. Hier von da nach da. Die können auch hier direkt zur Bahn laufen, würde ich sagen. Ja. Also, dann kommt ihr hier einmal nach oben. Achso, ich habe wieder den High-Mode. So, äh, ein bisschen hoch. So. Und. Warte mal. Nicht, dass der mir da ein... Genau nicht, dass der mir da so ein Dings da drauf baut. Und dann können wir das ja irgendwie... ...da dran anbinden. Geht das oder nicht? Nee. Nee. Boah, das hat dich jetzt blüht. Kannst ja rüberspringen. So, da runter. Uh. Das ist auch fancy. Ja. Aber... Hm. Ich weiß, das sieht nicht so aus, ob es genutzt werden könnte, gell? Aber es ist eigentlich auf dem Boden. Nein, 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 nein. Lass mal so, lass mal so, lass mal. Nein, es ist nicht auf dem Boden. Hm. Offiziell ist es auf dem Boden, laut City Skylines. Das Spiel sagt, es ist auf dem Boden. Guck mal. Du mal rein. Ich will den laufen sehen. Warte mal, ich kann den verfolgen, ne? So. Ziel Knight in... Studiert im Institut der Bildeten Künste. Guck mal. Aha. Oh, das ist aber fancy. Äh, ich brauch noch ne Bahn. Oder, warte mal, wie viel Kapazität hat die denn? 210. Ist das denn realistisch für so ne Bahn? Die ist ja sehr groß. Da passt schon eigentlich noch mehr rein, oder? Warte mal. Ja, die ist halt leider voll. Hm. Ich muss mal... Ich weiß, das ist irgendwie nicht ganz immer so nett, aber das kann man schon mal machen. Also, die fasst jetzt halt... Da passen schon mindestens 300 Leute rein. Dann mach mal 300. So. Aber die soll ja trotzdem nicht mehr kosten. Das wäre irgendwie... Doch, das ist aber 250, weil die Leute haben jetzt mehr, ähm... Ja. 280 Leute, so auch noch immer. Ja, gut, das passt. Aber eigentlich bräuchte ich schon noch mal eine zur Verdichtung, gell? Ja. Weil die jetzt da einzuschleusen wäre irgendwie... Die von dem Gebiet können die da auch schon runter? Ja, ich glaub nicht. So, dass hier die Straßenbahn so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. So, da hab ich hier einen Weg. Doch, von unserem Herzi. Ach, guck mal. Oi, oi, oi. Schön. Der wird schön genutzt. Schön. Und vom, äh... Da laufen die direkt, das ist klar. Super und vom Y. Dann muss hier nochmal direkt zum... Also, die Straßenbahn wird... Okay. Ja, das ist unsere Hauptbeförderungsquelle. Habe ich hier schon mal kurz angebunden. Das ist unser W. Genau. Das ist der. Das ist das W. Ja. Das Y ist weiter links. Ach so. Ähm, dann könnt ihr da noch gerne rüber laufen. Zu euren Nachbarn. Dann können die von dort nach da laufen oder so. Dann ist hier zwischendrin nochmal ein Weg. So. Okay. Ähm, was ist das Y? Ach, das ist das Y. Das sieht schon... Naja. Fast nicht mehr wie eins aus. Die müssen halt hier einsteigen. Das heißt, für euch wäre der optimale Weg hier durch... Reißt das da ab, oder? Nö, das bleibt einfach hier dazwischen. Okay. So. Ja, hier laufen jetzt halt sehr viel eben, weil... Ja. Die sind alt. Ne, die sind eigentlich ganz frisch hier eingezogen. Ist egal. So. Wenn die jetzt halt ein bisschen mehr Leute reinkriegen, dann passt das aber auch. Häß, aber hier ist tatsächlich das Umsteigerzentrum des Todes. Todesnachfrage nach Blau. Ja, aber da arbeiten Leute halt wieder da. Das ist halt... Deswegen würde ich das gerne gerade... Wehe, der nimmt die jetzt nicht mit, die da frisch sind. Wie so ein Ameisenhaufen. Der lässt sich einfach stehen. Guck mal, was das für ein Arsch-Bahnfahrer ist. Weißt du, guck mal, der andere immer vollhöht 210 Leute und hier jetzt nichts. Die stehen sich jetzt halt irgendwie die Füße platt, weil... Ist ja doof. Willst du nicht noch mal eine Bahn auf den Takt schicken? War da nicht was? Ja, nur da ist jetzt tatsächlich das Problem, was du mir prophezeit hast mit, wie schicke ich die richtig los. Die werden sich jetzt zufällig da irgendwie einfinden. Da kann ich nichts dran ändern. Okay. Random und mal gucken. Ich habe mal zwei hingezugefügt und dann passt das. So. Bahnhof läuft generell... Oh, sterben immer noch Leute. Ja, ist normal. Generell mal hier so gucken. Verkehr easy, würde ich sagen. Verkehr läuft, die exportieren darüber. Die haben ein leichtes Arbeiterproblem. Aber das haben halt alle. Scheichi halt. Ja, die haben halt alle ein bisschen. Und das hier wird dann gar nicht mehr genutzt, weil ich es halt abgeschaltet habe. Ich habe auch Angst, es wieder anzuschalten, ehrlich gesagt. Soll ich ein bisschen abreißen? Ich würde es halt irgendwo hinbauen, wo richtig schöne Verkehrsanbindung ist. Aber an den Fluss geht es halt nicht. Gut, das kostet jetzt erstmal kein Geld. Es existiert jetzt erstmal nur in der Gegend rum. Das ist ja nicht so schlimm. Generell, Gewerbe könnten wir jetzt wieder ausweiten. Hier, aber die haben wir eh wenig Kunden. Die haben eh wenig Kunden. Das braucht man nicht. Wenn, dann müssten wir hier erstmal gucken, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen Gewerbeparken machen. Dann wollen die da aber auch wieder arbeiten. Ja, genau. In den bunten Feldern. Das ist halt überall das Problemchen. So ein bisschen laufen können. Ein bisschen wohnen können die ja schon auch noch, ne? So laut ist es nicht. So, dann haben wir hier nochmal was zum Wohnen notfalls. Der Gewerbe ist ja eigentlich ja genug. Kann das sein, dass die ein Müllproblem haben? Ich gehe mal kurz auf Müll. Ja, ein leichtes vielleicht. Müllverbrennungsanlage. Nee, Müllrecyclingzentrum. Achso, es ist schon wieder fast wieder zu zentral, gell? 13, 15. Nee, geht noch. Geht noch. Das nächste muss dann aber wieder woanders sein. Das heißt, jetzt haben wir so ein Dual-Müllsystem, wo alle einigermaßen, ja, die sind alle ganz gut in Verwendung, das nächste muss aber wieder woanders hin. Heißt, wir müssen uns jetzt irgendwann mal mittelfristig so einen dritten Out-Punkt suchen. Ja, ist ja kein Thema. Guck mal, wenn wir Blütenfelder haben, die die Kachel bei Blütenfelder. Genau, als nächstes wollen wir das hier kaufen, genau. Genau, und dann können wir die Kachel da hinten. So, das nächste wäre halt 75. Das ist halt nochmal ordentlich. Ja, das kriegen wir mal hin, wenn wir nicht mehr so eine Sterbewelle haben. Das würde mich auch mal interessieren. Mollen wir den? Wir können den auch da hin machen, statt den Vergnügungspark. Aber ein Vergnügungspark muss schon auf irgendwo hin, auf jeden Fall, prinzipiell. Ja. Was sagt denn hier so der Takt der Monorail? Die fährt halt selten, die ist voller als erwartet, aber zwei reichen da. Kann man den Takt da nicht noch verdichten? Ja, ich habe halt am Anfang gedacht, dass es hier so eine Lulli-Linie ist, weil die oben rumfährt. Oh, die sind gerade glücklich geworden, keine Ahnung warum. Ja, weil meine Anwesenheit. Guck mal, die ist halt mega sinnlos geworden, weil da fahren nicht mehr so viele mit. Die Leute nutzen jetzt das hier. Heißt, ich glieder da oben jetzt nochmal zwei ein. Wo startet die denn? Die startet ja hier, ne? Genau. Jetzt wollen die alle mit der fahren. Äh, das ist ein Witz. So, du heißt Video-Haltestelle, du bist Start-Stat-Waps. Start-Stat-Bahn. Wer macht so einen Scheiß? Sorry, also wirklich. Naja, okay. Ich. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die halbwegs gescheit integrieren. Ich würde in die Lücke eine reinmachen und halt in die Lücke muss halt einer rein. Haltestelle. So, heißt in Stadt-Stat-Bahn. Ach, nee. Start-Stat-Bahn. Muss dann irgendwann mal noch in Inovia rein, wenn die so ein bisschen weg ist. So. Ich würde sagen... Noch ein bisschen. Ja, das ist immer schwierig. So, jetzt könnte man eigentlich mal eins hinzufügen, ne? So, jetzt. Äh. Ach, Start-Stat-Stat-Bahn. Das ist gar nicht die erste Haltestelle. Ups. Ähm. Okay. Heißt du, füge wirklich denn die hier ein? Habe ich gerade persönlich beschlossen. Okay. Ähm, so. Speed. Ach, das ist jetzt die Haltestelle. Okay. Machst du gerade Speed. Ja, ich muss es ja machen wegen, ähm... Because of the... Sonst stehe ich ja ewig im Menü. Und das Menü mag keiner. Oh, wir haben eine Wohnung. Ja, gleich. Welches war das? Haltestelle 3 oder 4? Das hier war's, gell? Ja. Das ist Stadt-Stat-Bahn. Ja, da muss auch nochmal einer rein. Die auf einmal voll sinnvoll geworden ist. Ja, gut, die Leute, die passen sich halt den neuen Gegebenheiten an. Wenn die sehen, dass die andere Linie sinnvoller ist... Jetzt wieder weg. Ja, wir haben wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, wo die hin können. So, jetzt würde ich eins hinzufügen. Ja, ist halbwegs integriert. So, was ich vermute. Um dir mal kurz die Angst davor zu nehmen. Dass wir hier noch unaus... Genau, wir haben hier noch unausgewiesene Gebiete. Okay. Die Leute fragen nach und sehen dann, ach, da kann ich hin. Und dadurch sinkt ja die Nachfrage wieder, weil sie quasi befriedigt wird, die Nachfrage. Da ist ein verlassenes Haus im neuen Gebiet. Warum eigentlich? Oh, wahrscheinlich wegen Leute. Entwicklerstudio. Oh, gut, okay. Leute was? Entwicklerstudio war das. Wahrscheinlich wegen den Leuten. Wegen Leuten? Ja, weil keine Arbeiter da sind. Ganz kurz zur Integration dieser Linie. Es hat so mittelmäßig funktioniert, aber es hat funktioniert, finde ich. Die kann eigentlich weg. Die kann weg. Die staunen sich da alle. Ja, also die eine kann weg. Ähm. Du kannst halt weg. Ach nee, jetzt habe ich das falsche wahrscheinlich entfernt, gell? Nur mal ein Fahrzeug hinzufügen und dann gucken wir einfach mal. Ich habe echt ein falsches Fahrzeug entfernt. Naja gut, es klingelt sich irgendwie da ein. Ähm, die sollen halt halbwegs im Takt fahren. Wenn nicht, dann kommt der so ein bisschen gehäuft. Das ist ja auch irgendwie jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, dann bekommen die Leute da halt immer mal weg, ne? Jo. Dann kommt in der nächste. Oder fährt aber spät. Okay. Hier wäre quasi die Lücke, die wäre optimal, aber man kann halt nicht alles haben. Die sind halt auch wieder sehr nah aneinander. Naja gut, die sind viel zu nah aneinander. Ganz ehrlich, du kommst weg. So, Liniendetails. Ähm, und ich füge einfach nochmal eins hinzu. Die sollen sich irgendwie... Fügt euch da mal irgendwie ein. Wobei, das war doof, was ich gerade gemacht habe. Ähm, stopp. Ich muss jetzt warten. Eine gerade noch. Genau, jetzt ist es weg. Ähm, das sind aber ganz kurz 40 Sekunden Warte im Idealfall, dass wir hoffentlich irgendwie halbwegs die Lücke abwarten. Die Lücke. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Please mind the gap between the train and the train. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eine... Fahrzeuge hinzufügen. So, mehr oder weniger. Weißt du, es fährt der ins Depot und es kommt sein Kollege. Ja. Naja, sollen sie machen. Witzig ist immer noch, dass hier so viele Leute langlaufen. Das finde ich immer noch irgendwie amüsant. Was machen denn unsere bunten Felder? Gucken wir mal. Also das hier läuft auch. Die Straßenbahnlinie 1. Da fehlt eigentlich auch nix. Für den fehlt es auch nix. Die finde ich geil, die Kleinen. Ich habe übrigens noch einen anderen Straßenbahntyp. Ja, das... Wir bekommen ja echt keine Leute ran. Das wird immer schlimmer. Ja, klar. Klar. Guck mal, die, die sich am Anfang beschwert haben... Oh, es sind bald zu wenig Leute. Den stemmen sich die Leute weg. Und dann machen die komplett zu. Also das hier ist die Vorstufe von dem. Die bauen sich schon wieder auf. Oh, da baut jemand. So. Ja, die waren alle in der Hoffnung, dass sie irgendwie Leute finden. Aber das ist halt schwierig. Hier unten können wir auch nicht noch mehr Leute komprimieren. Nee, absolut nicht. Das geht nicht. Hier wäre natürlich auch schön mit der Straßenbahn. Das ist auch eine schöne Sache. Aber hier kannst du einfach nicht mehr wohnen. Das hier ist nicht... Ich finde das nicht gut. Ist ja eigentlich auch noch Öko-Gebiet. Schau mal, das ist auch nicht Öko. Guck mal. Hier wäre jetzt auch nicht Öko. Das heißt, eigentlich könnten wir das jetzt noch um eins erweitern. Für nur, damit die Menschen wohnen. Das stimmt. Für nichts anderes. So. Und ganz ehrlich, da würde ich jetzt absichtlich... Kein Öko machen. Erstens kein Öko. Und zweitens, einfach weil es bis ins Stadtbild passt, so ein Außenwohnblock. Mit Arbeitern halt. Es muss einfach ins Stadtbild passen. Ich weiß nicht, ich bin nicht der sozialste Bürgermeister und ich mache deswegen auch die gerade die... Hier ein... Ach, die haben einen schönen Park. Okay. Hast du da Wasser und Strom? Die Einnahmeverluste des Todes im Wasser, ja. Strom legt sich, so. Er hat jetzt das Gewerbegebiet-Nachfrage. Wo fehlen denn Gewerbegebiete? Lass mal so grob drüber gucken. Wo ist denn wenig Blau? Also bei... Für ein paar Grüne muss auch immer ein bisschen Shop da sein. Hier ist es schwierig. Da, die haben eigentlich... Also eigentlich finde ich, das Verhältnis ist relativ ausgewogen. Hier wird auch keiner was kaufen. Weißt du, das ist nämlich das Problem. Einkaufen bis zum Umfall. Da sind nämlich alle umgefallen. Nee. No, Leute. Ihr habt sogar noch eine halbwegs anständige Monorail-Anbindung. Was beschwert ihr euch eigentlich? Komm, ihr bekommt sogar noch so einen Fußweg. Wenn das irgendwie geht. Von da oben nach da unten. Aber das sieht irgendwie unmachbar aus, wenn die ehrlich sind. Doch, das geht. Also, dass es auch funktioniert. Meine ich... Äh, nach oben, um, 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 um. Ja, von da halt. Die Frage ist, ist das angebunden? Nee. Nee, der bindet das nicht an. Dann nicht. Die ist sicher ein bisschen blöd. Naja, gut, dann ist es so. Ähm. Ja. Gewerbegebiete. Hm. Der Forst soll halt irgendwie auch schon ein bisschen der Forst bleiben. Leute, ich muss es... Jetzt kommen wieder Leute. Das muss ich wieder quasi die Leute in Nachfrage mitnehmen. Sonst wäre ich doof. Also, was machen wir hier für eine schöne Form? Ein Kreis. Ein Kreis. Genau, hier passt ein Kreis hin. So, ein Kreis. Ein Kreis. Ein Kreis. Ein Kreis. Hat mir nicht schon irgendwo einen Kreis? Das kommt irgendwie bekannt vor. Unser Gewerbegebiet ist ein Kreis. Jetzt muss ich das noch ein bisschen ziehen. Das kommt mir voll bekannt vor gerade. Ja, wir haben ein Gewerbegebiet. Oh, wir können ein Smiley machen. So, dann wäre jetzt wieder Einbahnstraßen sinnvoll. Wir lassen es einfach. Ähm, wie denn Smiley? Ja, zwei Straßen da so rein von oben. Und eine von der Seite, die so ein Bogen macht. Hm, ja, die muss halt irgendwo leider. Ich kann es halt nicht ändern, ne? Gesundheit. Dankeschön. Oh ja, ist das süß. Und in das, in der Mitte, kommt ein Park rein. In den Smiley-Mund. In die Zunge vom Smiley. Hier, ach da. Ja. Knüpfburg. Ah, das passt wieder nicht. Nee, da nicht. Ach, mehr oder weniger passt das schon. Nein, da ist die Straße doch wieder so blockiert. Der macht oben in den Mund. So. In der Nase, gucke mal. Genau. Oh, süß. So. Ähm. Ja, ich würde sagen, da drin kommt aber so ein süßer, kleiner Wohnpark. Ich weiß, das ist nicht effizient. Aber das ist mir relativ wumpe gerade. Und außen kommt so groß. Ja, da haben wir große. So. Und weißt du was? Hm. Mit der zufrieden sind, machen wir in die Zunge rein, ein Shop. Echt? Ja, damit es den Shop hat. Oh, genau. Das Kleine wird ein Shop. Aber ein großer Shop. Ganz wichtig wird ein großer Shop. Ja, ein großer Shop. Das wird ein riesengroßes Gebäude. Ein riesengroßer Shop wird das. Haben wir da Wasser und Strom? Äh. Strom kommt. Also verbindet sich dann halt. Da kann ich nicht viel dran machen. Ähm. Wollen wir die noch weiter ausbauen oder bleibt das so? Wir können ja später noch Haare und so dran machen. Ja, da müssen jetzt schon Haare dran machen. Wir haben jetzt ja die Nachfrage. Ist jetzt ja schon. Geil. Geil. So. Okay, was kommt dann dahin? Auch so Wohnhäuser halt so. Ja, halt, ne? Es gibt so schöne, kleine, große Häuser. Das wird irgendwie witzig. Das stelle ich mir lustig vor da oben. So. Da könnt ihr... Oh, guck mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer hat sich diesen frischen... Oh, aber lokal und passend. Und das ist jetzt ein Shop im dichten Gewerbegebiet. Wow. Ja, okay, das ist mir zu geil. Aber es bauen sich Leute hin. Irgendwo muss jetzt halt noch ein bisschen Gewerbe, aber das ist jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, da, die haben kein Wasser. Wow. Ja, ich hab doch... Da war ein kleines Dreieck. Ach, hier ist halt nix, ne? Ja, vom Smiley auch. Ja, da soll halt ein bisschen... Da kommt noch ein Arm vom Smiley hin. Echt? Nee, das soll einfach ein bisschen grün sein. Ja, nee, so am Hals. Da ist der Hals und da ist der Arm. Oh, ist der süß. Geil. Auf der Seite können Leute wohnen und auf der anderen Seite wäre es halt zu laut. Mach mal ein paar kleine Shopbys hin. Ja, damit die einfach hier ihre Shops haben. Ich meine, das ist nicht so laut, aber die sollen sich jetzt halt... Mein Gott, da sollen sie mal nicht so haben. Oh, der ist schon... Ey, der ist schon herzallerliebst. Ich würde sagen, da können wir die Folge echt mal beenden. Ja. Der ist süß. Der ist... Ich hab's von mir selber ausgemerkt. Bist du nicht stolz auf mich? Er ist einfach süß. Ey, der ist schon cool. Das kann man so lassen. Da oben ist es, finde ich, ein bisschen doof, dass es da bergig wird. Nein, das ist cool. Dann hast du so Wohnen am Hang. So, zack, 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 zack. Ja, gucken wir einfach mal, wie der Tier läuft nächste Folge. Bis dahin, bis zum Zuschauen. Tschüssi. Tschüss.